Ich könnte spüren, da habe ich eben schon mal nachgeschaut. Ich habe noch gedacht, gucken wir mal, ob das vielleicht wie in einem vorigen Level ist. Ja, das ist die allerletzte Münze und Dankeschön. Blunga 30. So, nachdem wir dann jetzt alle haben, wirklich alle haben. Gucken wir uns mal an, was es noch so alles gab. Das waren ja hier die schönen Bilder von den Entwicklern. Dann schöne Artworks von den einzelnen Leveln. Hier gibt es weitere Artworks. Das hier hatte ich glaube ich auch schon gesehen. Genau, das war das, was man nicht so verstört hat mit dem Fragezeichen als Kopf. Das hatten wir noch nicht gesehen. Ja, wenn ich jetzt gemeint wäre, würde ich sagen, Kindergartenkinder haben Bilder gemalt von dem, was in dem Spiel vorkommt. Wir kennen hier ja die Szene mit dem Regenmacher. Wir kennen hier die Zeitreise-Episode. Wir wollen Wasser. Genau. Ciao. Okay, sind wir hier. Den hätte ich gern gesehen. Mit Pfeife. Oder habe ich ihn übersehen? Ich glaube nicht. Ready Nova. Ich glaube, ich sollte mir den Prototypen noch mal anschauen. Verspricht lustig zu werden. Frau mit Nudelholz. Ja. 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 Barbusige Frau mit Steak und, ähm, naja, etwas längerem Messerchen. Man nennt es auch Schwert. Vielleicht doch eher so ein Laborei-Schmerz. Sind aber alle sehr schön gezeichnet. So, ich war, glaube ich, hier gerade. Es ist hier. Ah, so sollte er aber aussehen. Da finde ich ihn aber niedlicher. Ah ja. Okay, das ist die 3D-Figur. Das ist keine Ahnung. Die ganzen Achsen. Ja, ich muss sagen, Delik hat einen sehr guten, äh, Job gemacht. Mit der Figur hier. Die ist, die ist knuffig süß. Dann haben wir hier noch. Das Biene. Das wäre doch auch ein schönes Gefäß, so mit dem Gesicht. Nackte Beine. Ich meine, der hat aber so schon Flecken unten gehabt, ja? Ob das luftig war, ich weiß es nicht. Ja, sieht alles sehr schön aus. Das hatte ich, glaube ich, hier, genau. Das hatte ich gerade eben. Das iPhone-Raumschiff. Okay. Der Vulkan. So sah es dann im Spiel aus. Mit den einzelnen Ebenen. Ja. Also. Huch, was ist das? Ah, wahrscheinlich die... Die Geschichte. Okay. Hier ist mit ihrer eigenen Musik. Und die Musik ist aber noch genial. Aufь. Ja. Tut. Tickt. Tippt. 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 Chipt. Tippt. 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 toothpaste. Idee. Die Maus kann durchlaufen. Das Iphone. Rette die Maid, rette die Maid. Die Zeitmaschine. Die Titanic. Die Titanic ist ja dann an einem Eisberg zerstellt. Also war ich ja gar nicht falsch. Und ich habe Feuer. Ich habe Feuer. Eigentlich fehlt ja noch das Bild. Ich hatte Feuer. In diesem Sinne. Damit haben wir alles durch. Wir haben 30 Wünschen. Wir müssten auch theoretisch alle Erfolge haben. Ja, wir haben alle Erfolge. So. Damit verabschiede ich mich auch jetzt von dem Special mit allen Wünschen und allen Erfolgen. Weil es war ja effektiv ein Wünschenerfolg, der doch gemacht werden musste. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut!